Ich glaube, das ist heute immer noch sehr wichtig oder vielleicht sogar wichtiger denn je, sich einzumischen, sich eine Meinung zu versuchen, sich eine Meinung zu bilden und dann diese auch zu verfolgen, auch politisch zu verfolgen. Ich glaube, wir können einfach nicht die Politik den anderen überlassen und irgendwie das hoffen, dass wir das Ding alles aussetzen werden, dass das schon irgendwie gut wird, weil von selber wird nichts gut.